36 Grad, das hält ja kein Schwein aus. Lieber Gott, lieber Gott da oben im Himmel. Und lieber Petrus, also ihr beide da oben. Egal, was ihr kocht, das ist ja total egal. Aber eins muss ich euch sagen. Das Essen ist fertig, ihr braucht nicht weiter kochen. Wir essen das auch so, es ist fertig. Und ich bin auch langsam fertig.